Ich wollte eigentlich noch einen Cappuccino trieben, das ist gut. Das beim nächsten Mal. Nächste Kneipe. Ja natürlich, da gibt es ganz viele Kneipe. Wo sind wir, wo sind wir hier? Beim Bummerangverein. Ja, du musst dir das einteilen. Wie stimmt das? Das stimmt, das hat mein Kumpel alles gesagt. Das hat sie allein sogar verheiratet. Sag ich, wie lange noch? Die Nummer war falsch. Wollt ihr gerade ein Hotel Steffel machen? Rezept, Rezept, Rezept please. Hallo? Ja, Tina! Tina! Wir sind gerade ohne Popeye. Wo ist der Popeye? Wo ist der Popeye? Der ist auf dem Geo-Rundweg gestimmt. Der Popeye macht gerade einen Geo-Rundweg. Der betrachtet Vulkane, Mare und Dresse. Von Dupach nach Staffeln. Von Dupach nach Staffeln. Dann wünsche ich euch mal einen schönen Tag. Danke! Ich habe eine gewisse Tradition. Ich frage immer nach einem Namen. Wie heißt du? Wie bitte? Wir sind gerade Kol. Ich habe nur Kol verstanden. Nicole. Nicole. Im Steffelbein. Besonders nette Frau. Also wir sind um 19 Uhr oder um 18 Uhr zurück. Hallo? Hörst du mich noch? Hörst du mich? Hörst du mich noch? Wie freut sich denn der Popeye? Keine. Ganz meh. Ich rede noch mal.